Als der Beamte seine Hand nach meinen Dokumenten ausstreckte, entdeckte ich den Zettel. Weil ich ihn nicht in die Augen schaute und er so mein Gesicht mit dem Passbild nicht abgleichen konnte, ermahnte mich der Zöllner harsch, doch ich reagierte nicht. Er packte mich an der Schulter, erst jetzt schreckte ich auf und entschuldigte mich mehrmals. Angefixt von meiner Dreistigkeit fing er an, auf Ungarisch auf mich einzureden und seine Körpersprache gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass alle Beamten aus demselben Holz geschnitzt waren. Mein Vater hatte dieselben Drohgebärden perfektioniert, beherrschte sie weitaus besser als diese Witzfigur hier. Er konnte mich mit seinem Gelaber nicht kleinreden, was mich überaus zufrieden stimmte. Als er endlich weiterging, nahm ich vorsichtig den Zettel aus dem Netz des Vordersitzes meines Nachbarn. Es war eine alte, zerfranste Postkarte. Auf der Rückseite stand in krakeliger Schrift der Satz, wir ordnen's, es zerfällt, wir ordnen's wieder und zerfallen selbst. Den Namen und das Datum darunter konnte ich nicht mehr entziffern. Lediglich die Nummer 22 war erkennbar. In der linken Ecke der Karte stand in gedruckten Lettern als Überschrift Lünching of Jesse Washington 1916. Auf der Vorderseite eine schwarz-weiße Fotografie. Im Hintergrund standen einige Männer aufgereiht, mit Hüten auf den Köpfen und blickten streng in die Kamera. Ihre Blicke hatten etwas Aufwühlendes, als hätte sie etwas erregt. Über ihnen, aufgeknüpft auf einem Pfahl, hing ein verkohlter Körper, dem Hände, Füße und Genitalien fehlten. Die Überreste von Jesse Washington Die Männer zu seinen nicht vorhandenen Füßen mussten Teil des Lynch-Mobs gewesen sein. Ich blieb ruhig, obwohl das Bild einen weitaus größeren Schrecken bereithielt. Im Vordergrund standen nämlich mehrere Kinder und sie hatten denselben Ausdruck in den Gesichtern wie die Erwachsenen hinter ihnen. Ihre weit aufgerissenen Augen spiegelten den Horror wieder, dem sie wenige Augenblicke zuvor ausgesetzt gewesen waren. Nun standen sie da, den Ausdruck ihrer Väter in den verdutzten Fressen und verunstalteten auf ewig diese Postkarte. Alles an ihnen war tot. Zwei Generationen zum Teufel gejagt. Lediglich der angekohlte Körper über ihren Köpfen schien, mit seinem verzerrten Maul nach so etwas wie dem Leben zu greifen. Der Rest versank im Stumpfsinn einer Welt, die ich nicht verstand, die mir aber auf eine sonderbare Art und Weise vertraut war. Das Einzige, das diese Väter ihren Kindern hinterlassen hatten, war der Anblick dieses verkrampften, genitallosen Fleischstumpfes, zu dem sie Jesse Washington in einer Art Prozession gemeißelt hatten. Das Abbild ihrer eigenen Abart, das war das einzige Erbe dieser Kinder.